Habe die Ehre und herzlich willkommen zurück bei DoubleJump. Lass uns heute über den Elefanten im Raum reden, die eine große Gaming News, die die Diskussion übers Wochenende mehr definiert hat als alles andere. Sony und Naughty Dog haben nämlich von Donnerstag auf Freitag angekündigt, dass sie The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschieben. Als Begründung erklären sie in den Statements, dass die aktuelle ökonomische Weltlage es nicht zulässt, das Game mit der Launch-Strategie zu veröffentlichen, die man eigentlich tätigen will. Reden wir heute darüber, was das jetzt bedeutet und warum es so wie Sony es ursprünglich wollte, einfach nicht möglich ist. Also, Sony hat am Donnerstagabend, nachdem ich die Episode für Freitag bereits abgeschlossen habe, danke dafür Sony, über Twitter dann angekündigt, dass man The Last of Us 2 und Iron Man VR auf unbestimmte Zeit verschiebt. Das Game sei eigentlich wohl schon so gut wie fertig, aber bedingt durch die aktuelle Lage, tja, hat man sich entschieden, auf dem Game einfach sitzen zu bleiben. Angesichts der aktuellen Lage ist es, wenn wir uns ehrlich sind, auch keine Überraschung mehr, aber wir haben ja alle gehofft, dass es nicht dazu kommt. Spezifisch beschreiben Naughty Dog und Sony in ihren beiden Statements, dass es derzeit ebenso problematisch ist, die Blu-Ray-Disks für das Game drucken zu lassen und diese rechtzeitig bis zum Release des Games überall rund um die Welt verschickt zu bekommen. Und das ist kritischer, als es uns derzeit bewusst ist. Dazu müssen wir in die Geschichte der Finanzkrisen der letzten mehr als 100 Jahre eintauchen. Wenn eine Branche immer gestärkt aus einer Krise hervorgegangen ist, dann war es immer Entertainment. Games sind auf die Wirtschaft bezogen ja auch nichts anderes als Entertainment. Bei jeder großen Krise hat eine Nische des Entertainments immer so richtig profitiert, sei es nach dem Ersten Weltkrieg das Radio, das Fernsehen im Rahmen der großen Depression in den 30ern, Popmusik in den 70ern, Nintendo, die in den 80ern die Videogamesbranche eigenhändig wieder alleine aufgebaut haben oder sogar K-Pop nach dem großen asiatischen Finanzcrash der 90er. Und dieses Muster zieht sich so durch, bis heute. Denn Entertainment ist Realitätsflucht. Entertainment Medien helfen uns dabei, wenn die Welt um uns herum, jetzt mal ganz frivol ausgedrückt einfach *** ist, damit dann umzugehen, indem wir die Welt mit ihnen mal für kurze Zeit ignorieren können. Natürlich gibt's wenige Ausnahmen, die in Krisenzeiten auch erfolglos waren. Aber wie heißt es so schön? Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn Sony The Last of Us 2 jetzt auf unbestimmte Zeit verschiebt, da die Krise so groß ist, uff, das ist bitter. Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich möchte hier absolut keine Schwarzmalerei betreiben, aber ich möchte dir die Fakten doch auf den Tisch legen. Fangen wir gleich mal an, warum das eigentlich so bitter ist. Sony hat unzählige Millionen die letzten Jahre in The Last of Us 2 investiert. Sony hat Geld investiert, in der Erwartung, dass das Game in einem gewissen Zeitrahmen ein Vielfaches davon wieder einnimmt. Dieser Zeitraum ist damit mal komplett gesprengt. Okay, dazu muss man den Faktor einkalkulieren, dass The Last of Us 2 als AAA-Produktion in einer traditionell cineastischen Aufmachung sondergleichen darauf ausgelegt ist, als Blockbuster im Handel gekauft zu werden. Ich habe jetzt leider keine Statistiken zu den digitalen Verkäufen von The Last of Us oder The Last of Us Remastered gefunden, aber da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass Naughty Dog Games wie eben The Last of Us und Uncharted beide primär im stationären Handel gekauft werden. Beim Vorpreis glaube ich kaum, dass jemand eines dieser Games rein digital haben wollen würde, denn so filmisch wie diese Spiele sich anfühlen, diese Spiele sind ja wie ein interaktiver Film und einen Film will man schlussendlich ja im Regal stehen haben. Und da kommt eben die Herstellung und Lieferung der Blu-Rays ins Spiel. Ah, da fällt mir gerade der Wortewitz auf. Kommt ins Spiel. Checkst du's? Äh, sorry, egal. Manchmal habe ich meine humoristischen Aussetzer. Ich kehre wieder zum eigentlichen Thema zurück. Sony ist eben davon abhängig, dass das Game auf Blu-Ray weltweit zu den geplanten Terminen erscheint. Sony hat im Laufe der Jahre Marketingpläne konzipiert, die darauf optimiert sind, dass das Game in kürzester Zeit auf Blu-Ray und digital kombiniert so viel Profit wie möglich macht. Angesichts der bisherigen Kosten, der Kosten für die Marketingkampagne und dem Verhalten des Playstation 4 Exclusive Gamekäufers, hat Sony für sich beschlossen, dass sie mehr Gewinn machen, wenn sie das Game so lange aufschieben, bis die globale Logistik wieder stabil genug ist, damit man das Game global zeitgleich auf Blu-Ray und digital veröffentlichen kann. Im besten Fall ist das noch dieses Jahr, im Worst Case aber erst 2021. Und, um darauf zurückzukommen, warum das bitter ist, wenn in einer Wirtschaftskrise nicht mal Unterhaltungsmedien veröffentlicht werden, die den Menschen dabei helfen, aus der derzeitigen Welt Ausflucht zu nehmen, das ist ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit des Unternehmens und Hoffnungslosigkeit für den Gamer. Und pure Hoffnungslosigkeit, das gab's nicht mal in der letzten großen Depression. Und, es ist ein Anlass für eine mögliche Kettenreaktion. Eine mögliche Kettenreaktion von Verschiebungen weiterer AAA-Produktionen dieses Jahr. Beim zweiten großen Sony-Game dieses Jahr, Ghost of Tsushima, da können wir ja schon mal vom vornherein davon ausgehen, dass dieses auch auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Aber auch die letzten großen AAAs von Drittherstellern, wie zum Beispiel CD Projekt Red Cyberpunk 2077 oder Square Enix Marvel Avengers, könnten nochmals beide auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Und dabei könnte Sony die Krise so richtig nutzen, denn wie heißt es so schön? In jeder Krise steckt eine Chance. In dem Fall sogar eine große Chance. Okay, ja, ich höre dich jetzt reden. Daniel, was soll das für eine Chance jetzt bitte sein, die Sony in dieser Lage da haben soll? Schauen wir uns mal an. Was Sony hier machen könnte, wenn man in den Marketingplänen und Logistik nicht so rigoros wäre. Wenn Sony es sich leisten wollen würde, vorübergehend auf Verkäufe der physischen Version des Games zu verzichten, denn dann könnte man die digitale Veröffentlichung des Games drastisch ausbauen. Sony, Microsoft, Valve und die ganzen anderen Plattformenbesitzer, sogar CD Projekt Red mit GOG.com, konditionieren uns alle ja seit gut 15 Jahren darauf, Games nicht mehr physisch als Disc zu kaufen, sondern nur noch digital als Download. Damit sind uns heutzutage Games-Downloads alles andere als fremd. Jeder von uns hat mindestens einmal bereits irgendein Game heruntergeladen. Und auch, wenn es sich für die meisten von uns, wie auch für mich, einfach nicht richtig anfühlt, ein Vollpreis-Game von 60 Euro oder mehr, das nur als digitalen Download zu besitzen, aber jetzt ist Sony halt in der Lage, mit dem drastischen Schritt von Wenn du es jetzt spielen willst, dann musst du es digital kaufen, da hast du keine andere Wahl. Und es im Schnelldurchlauf zur ernsthaften Gewohnheit zu machen, dass wir gerne neue Games zum Vollpreis als Download kaufen. Weil ganz ehrlich, die meisten lange wartenden Fans eines Games, jetzt egal ob The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 oder sonst was, auch wenn wir das jeweilige Game bereits vorbestellt haben, Wenn man uns vor die Wahl stellt, entweder das Game unter Anführungszeichen jetzt kaufen und spielen zu können, oder abzuwarten, bis in einer hoffentlich baldigen Zukunft das Game überhaupt physisch produziert werden kann, dann werden auch die Vorbesteller das Game im Endeffekt doppelt kaufen. Weil wenn man auf die eine oder andere Art und Weise bereits die Chance hat zu zocken, dann will man diese Chance auch nutzen. Klar, und so denke ich auch, würde so eine Aktion sehr viele von uns negativ beeinflussen. Viele von uns würden sowas Sony richtig übel nehmen und es würde über längere Zeit hinweg einen Teilschaden im Ruf der Firma bringen. Aber dieser Teilschaden, der würde nicht so lange gehen, wie der für die Finanzen langfristig positive Effekt, den Sony oder welche Firma auch immer davon hat, wenn man zum Download gezwungen wird. Warum? Ganz einfach, weil Menschen vergessen. Besonders in der heutigen Zeit vergessen wir gerne und wir vergessen echt sehr viel. Wir werden von Medien, und da trage ich als Gaming-News-Podcaster bei DoubleJump jetzt auch etwas mit Schuld, ständig mit neuen Informationen zugeschossen. Radio, Fernsehen, YouTube, Podcasts, ständig neue Serien auf Netflix und Amazon Prime und natürlich nicht all das zu vergessen, was wir auf sozialen Medien wie Facebook und Instagram erleben. Unsere Aufmerksamkeit wird an allen Ecken und Kanten gezogen, sodass wir uns eigentlich für hunderttausendfachen müssen. Deswegen vergessen wir gerne und deshalb kann sich langfristig gesehen ein Unternehmen auch solch eine Aktion leisten. Und wie bei ARM im Leben, damit ein Stein ins Rollen kommt, bedarf es einen Vorreiter. Jemanden, der als erstes damit anfängt und den anderen zeigt, die Konsequenzen sind nicht ganz so schlimm, wie wir es befürchten und damit dann die anderen Firmen sich schließlich trauen nachzuziehen. Wenn Sony und die anderen AAA-Firmen nicht Downloads ihrer Games dieses Jahr pushen, werden vor allem zwei Sorten von Entwicklern und Games die großen Profiteure der derzeit in Krise sein. Indie-Entwickler und Indie-Publisher und Free-to-Play-Games. Dem ist schon mal verschurtet, die Games von Indie-Entwicklern und Publishern, wie auch Free-to-Play-Games, beide Arten von Games benötigen keine physischen Veröffentlichungen. Die kommen einfach nur mit Downloads aus. Wenn es dieses Jahr wegen der mangelnden Blu-ray-Produktion und Lieferungen AAA-Releases mangelt, dann ist das ganze Jahr ein offenes Spielfeld für Indie-Entwickler, denn Gamer wollen ja, wenn sie ihren Backlog durchgespielt haben, Neues erleben. Und wenn dieses Jahr nur Indie-Entwickler qualitative neue Erlebnisse bieten können, greifen sie auch zu Games, die sie früher so nie in Erwägung gezogen hätten. Und genauso ist es mit Free-to-Play-Games. Free-to-Play-Games haben ja obendrauf den großen Vorteil, der Einstieg ins jeweilige Spiel ist gratis. Das Spiel zu öffnen und die elementarsten Spielmechaniken zu machen, das kostet ja nichts. Hier wird es genauso sein. Spielen, denen es in der Quarantäne langweilig wird und sie nix mehr im Backlog zu zocken haben, werden zu Free-to-Play-Games greifen, die sie vorher nie probiert hätten. Schon allein, weil das grundsätzliche Spiel einfach nichts kostet. Und tja, momentan ändert sich die Lage noch von Tag zu Tag. Von dem her wird es sehr spannend zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, welches Game als nächstes auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Und da kommt es mir gerade. Oh mein Gott, an die Playstation 5 möchte ich derzeit noch gar nicht denken. So wenig, wie wir bislang zu Playstation 5 wissen. Abgesehen davon, dass Mark Cerny ein echt guter ASMRtist ist, wer weiß, ob sie da nicht ebenfalls eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit ankündigen werden. Ach, wo denke ich da jetzt hin? Schluss jetzt mit den Spekulationen. Ich habe jetzt mehr als genug gelabert. Und deswegen möchte ich jetzt natürlich auch deine Meinung wissen. Erzähl mir auf Instagram, was du von der Verschiebung von The Last of Us 2 hältst. Dort findest du den Podcast als atdoublejump.at. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Und alle Links zur heutigen Story findest du in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Wenn meine Analyse zur Verschiebung von The Last of Us 2 für dich interessant war, teil sie jetzt mit deinen Freunden. Dazu geh in deine Podcast App, drück bei der Episode auf den Teilen-Knopf und schick sie über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram oder Snapchat an diejenigen, die der heutigen Episode jetzt zuhören müssen. The Last of Us 2 war eindeutig die wichtigste Gaming-News-Story des Wochenendes und es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu reden, was die Verschiebung alles für Effekte haben kann. Und ich freue mich, deine Meinung dazu, in den Kommentaren zur heutigen DoubleJump-Episode zu lesen. Mein Name ist Daniel Muletz und wir hören uns wieder morgen bei DoubleJump, deinem werktäglichen Game-News-Podcast. Habe die Ehre! Habe die Ehre!